Sie möchten Ihr Digital Mindset ausbauen und Ihre digitalen Kompetenzen im Lebenslauf sichtbar machen? Mit unserem Weiterbildungskonfigurator haben Sie die Möglichkeit, Ihre Themen auszuwählen und eine maßgeschneiderte Weiterbildung zusammenzustellen. Mein Name ist Martina Dallavecchia. Ich bin Professorin an der Fachhochschule Nordwestschweiz und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen haben wir ein breites Programm im Bereich Digital Marketing und digitale Transformation für Sie bereitgestellt. Unsere CAS waren bislang immer fix und da gab es manchmal die Rückmeldung, wir würden uns doch wünschen, dass man da mehr Flexibilität reinbringt. Und diesen Herzenswunsch haben wir entsprochen. Wir sind hingegangen und haben alle unsere Lehrgänge modularisiert. Das heißt, wir haben zwei Module daraus gemacht, einmal ein Pflichtmodul und ein Wahlmodul und das Ganze in einen Konfigurator gelegt, sodass Sie jetzt die Möglichkeit haben, entweder ein CAS auszuwählen, dann sehen Sie, das ist das Pflichtmodul, das sind die Wahlmodule, die ich dazu nehmen kann. Oder eben Sie kommen von der Themenseite her und sagen, ah, das Thema, das interessiert mich besonders. Und dann zeigt das System an, welche Module dazugehören und welchen Abschluss Sie dann mit diesen beiden Modulen gemeinsam erzielen werden. Diese Modularisierung gibt uns die Flexibilität und Ihnen eben die Möglichkeit, Ihre Kompetenzen derart zu schärfen und sichtbar zu machen, wie es für Sie und Ihren Karriereschritt dann auch notwendig ist. Wenn Sie möchten, können Sie gerne einmal unseren Konfigurator ausprobieren oder aber wir vereinbaren ein persönliches Gespräch und wir schauen Ihre Option gemeinsam an.